Hallo und willkommen zurück. Hier ist Nikolaus von Jonsson, CEO von Safecall, ihrem Sourcing Advisor. Und nun, lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf die Cloud-Bereitstellungsmodelle lenken. Es gibt drei verschiedene Modelle, die ihr verstehen müsst. Das erste Modell ist eine private Cloud. Hier haben wir unsere Server, unsere Switches, unsere Firewalls, unsere Router und all das gute Zeug. Das ist eine private Cloud, die im Grunde genommen unser eigenes Datenzentrum ist. Zweitens, bei der Public Cloud wird es spannend. Hier kommen Unternehmen wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud nun ins Spiel, bei denen wir Server von diesen Anbietern mieten, sodass wir uns nicht mehr um die Stromzufuhr, Kühlung, Hardware und die Kabel kümmern müssen. All das wird nun nämlich von diesen Anbietern verwaltet. Wir verwalten und berühren die physischen Komponenten nicht mehr, sondern kümmern uns nur um die logischen und virtuellen Komponenten, die sich bei diesen öffentlichen Cloud-Anbietern befinden. Die dritte und auch letzte Kategorie ist eine hybride Cloud. Also eine Mischung aus privater und Public Cloud. Viele Kunden finden sich in der hybriden Cloud wieder. Je nachdem, wie alt ihre Anwendungen sind. Wenn man viele ältere Anwendungen im Application Stack des Unternehmens hat, die man aufgrund guter, verschiedener Abhängigkeiten und Gründe nicht in die Cloud verlagern kann, wird man einen Teil des Anwendungsfootprints auf physischen oder virtuellen Servern im eigenen Rechenzentrum aufrechterhalten wollen. Und nur den Rest der Arbeitslasten, die auf neueren Anwendungsarchitekturen basieren, wird man in die Cloud verlagern können. Hier können die Vorteile der Cloud genutzt werden und Applikationen, Serverkapazitäten, Bandbreiten als auch natürlich Netzwerkkapazitäten beliebig und flexibel nach oben oder unten skaliert werden. Je nach Nachfrage und Lastzeiten, komplett gemanagt vom IaaS, PaaS oder SaaS Anbieter. Das ist der Vorteil der Cloud und rundet das heutige Video ab. Wenn Sie jetzt sofort Geld und Arbeitszeit einsparen möchten, rufen Sie an. Vereinbaren Sie einen Online-Termin oder senden Sie uns eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen eine Handvoll der besten Lösungen für Ihr Unternehmen vorzustellen, anstatt Sie mit den vielen unterschiedlichen Ansätzen alleine zu lassen. Wenn Sie uns jetzt noch Ihren Daumen hoch geben und unseren Kanal abonnieren, verpassen Sie kein Video mehr und wir sehen uns schon bald beim nächsten Film wieder. Bis zum nächsten Mal.